Krasse Story aus einer Schule in Bayern, die für viele Kinder im Krankenhaus endete. Janik, merkst du das auch? Ja, ich weiß, was du meinst. Irgendwie habe ich ein ganz komisches Kratzen im Hals. Mann, was ist das? Ah, ich weiß nicht, aber mir wird gerade irgendwie total schwindelig. Kevin, wir müssen schnellstens so viele Betten freimachen, wie wir können. Da kommen gleich eine Menge Neuaufnahmen. Wie jetzt? Hier zu uns? Was ist denn passiert? Naja, es gab einen Zwischenfall hier nebenan in der Schule. Da beklagen einige Schüler, dass sie keine Luft mehr bekommen und Reizhusten haben. Der Rettungsdienst müsste jeden Moment da sein und die ersten Patienten bringen. So, moin, Rettungsdienst. Hier sind die zwei Patienten, die es am stärksten getroffen hat. Alles klar, wie ist seine Sättigung momentan? Jetzt gerade bei 90, war aber auch schon deutlich schlechter. Kurze Zwischenfrage, aber was genau ist denn da passiert? Ja, Kevin, vorne ist der junge Mann, der es verursacht hat. Vielleicht fragst du ihn einfach mal selbst. Alles klar, ich gehe mir das mal anschauen. So, mein Freund, und du kannst mir jetzt genau erzählen, was da passiert ist? Oh Mann, das sollte nur ein dummer Witz sein. Was genau? Naja, ich wollte Reizgas versprühen und schauen, was passiert. Ja, äußerst witzig. Was haben wir wieder alle gelacht?